hallo und herzlich willkommen bei mann doch gemble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel technik cool 5 gegen 5 shooter viel spaß so und da sind wir vorhin steuert euch nicht ich nehme gerade den fuß und bonbon krank geschrieben deswegen ok meine drei helden aber das ist doch ist auf jeden fall reddog ja mission weiter ausrüstung schauen wir mal welche ich alles habe den habe ich den habe ich der fehlt mir mir habe ich aber ich könnte sein dass vier stück hatte ich denke schon ja das ist das zeichen dass ich mir ein video anschauen soll dann kriege ich fünf gratis puzzle teile vielleicht in dem fall zu spielen oder um einen anderen auszulevel schon lange nicht mehr gespielt ok dann legen wir mal los warte auf andere spieler ich 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 Untertitelung. BR 2018 MP Die nächsten Zombies Die nächsten Zombies Na Kampf Die nächsten Zombies Wow Sprinten Wollte sich zwei schnappen Einmal den unten und dann den anderen Ah Nice Uh-oh Nochmal den Kampf Wow Down Oh ja, I'll come for a stop there Okay Denke ich mal, dass es okay ist Erstes Mal 15.000 Oh, ich war der Beste Nein, ich war nicht der Beste Ich glaube, er war der Beste Ich war der Zweitbeste Denke ich mal Das war ich doch Quertig, ging es noch vor Höre Fünfte war ich Ah ne, bis zu 10 So, dann gehen wir wieder zurück Dann werden wir einmal Ausrüsten Oder auch nicht Los Match suchen Dauert circa 40 Sekunden Ah, ging ja doch schneller Ich bin Tintlau Das war der Oliver Scharfschütze Alle rennen nach B hin Wow Ich hab das nicht mit den Tränen Ich bin zu langsam Ich hab das verlierbar Ich hab das nicht mit den Was soll ich dazu sagen Katastrophe Ich spiele Katastrophe Nimm mal den hier Das Wort Ich hab das nicht mit den Ungefragt Nochmal Slots Ich hab das nicht mit den Ich hab das nicht mit den Ja Letzte Sekunde war das Noch so ein Kampf Hoffe ich Ich bleib bei SWOT SWOT war gut Ich bin wieder Team Blau Chinese Engländer Deutscher Ich Türkei Und was ist das Die hab ich schon mal gesehen Die hab ich schon mal gesehen Die Flamme Ich weiß es noch nicht mehr Ja Ich hab das nicht mehr Eier Ey das war mein Gegner Nummer 1 Ich kann nicht Autofahren Ach, Mensch Ach, Mensch Ich kann nicht hierher Na, sitzen So, was sind die? Entschuldigung 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 Ich weiß nicht, warum sie dann ist ja oh, ist es eine Ucraina? Franzose, mir sieht aus wie Zidane, oder nicht? Sieh, jawohl, obwohl ich nicht viel gemacht habe, da war wieder der Franzose. Aber egal, Sieg ist Sieg. Spann, Mann. Bestes Spieler, ja. Ja, Ausrüstung, was habe ich jetzt hier, immer noch dieses Video gucken. Ganz allein den Plan. Okay. Bleibt bereit, VIP. Was habe ich denn hier? Ich habe doch gar keinen VIP. Ich bin VIP 0. Einladen, oh, ein Geschenk abholen. Lohnung abholen. Einladung. Am 27.01., am 22.02., am 28.04. Am 16.05., heute, oh, das war heute. Alle roten Punkte weg, ich habe zwei Spiele gemacht. Ich habe drei Spiele gemacht, ich habe zweimal gewonnen und einmal verloren. Naja, einmal verloren, was heißt verloren? Ich war nur in Stufe 5, war das gewesen. Ja, kann man sagen verloren, weil es ging aber in Stufe 10. Aber bei so einem schlechten Spieler wie mich ist ja auch kein Wunder. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr haben die drei rumgefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unter dem nächsten Video dabei seid. Jetzt hole ich mir jetzt mein Ticket ab und sage, bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, 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 ciao.